Hallo, ich bin Bravo Birgit aus Neukirchen an der Vöckler. Meine Meerschweinchen-Liebe hat begonnen, als ich sechs Jahre alt war. 2015 habe ich dann gemerkt, wie groß mein Raum ist und wie viele Möglichkeiten ich einer bieten kann. Und so ist die ganze Meerschweinchen-Farm dann eigentlich entstanden. Und jetzt kommt sie mal mit, ich zeige euch das. So, wir sind jetzt da dann eben bei meinen Freunden. Wir leben da komplett frei. Wir haben zwei Bereiche geschaffen für Großgruppen, einen für Kleingruppen. Und laut der Gartenhäuser aufgestellt, das sind nämlich die Ferienbetreuungen. Mir geht es einfach darum, dass wir Leben und Leben lassen, frei sein. Und dass wir alle miteinander glücklich sind. Ja, und glücklich macht mich natürlich auch, wenn ich meine Meerschweinchen was aufbauen und bieten kann. Und ich baue das alles sich selber. Und damit es aber nicht noch schön ausschaut, brauchen Sie ein tägliches Programm. Und das zeige ich euch jetzt. Also dadurch, dass ich ein Kind- und einen Vollzeitjob habe, muss ich mir die Zeit sehr gut einteilen. Das heißt, einmal am Tag wird eine Großfütterung gemacht. Eben mit Obst und Gemüse, Heu, Wasser wechseln. Das Ausmissprogramm, die kann man eben dann entweder abends trauen oder am Wochenende. Für meine Schweinderl ist mir keine Arbeit nicht zu viel. Wir genießen es. Geil hierher. Und ich genieße einfach mit euch dieses Leben und Leben lassen.